Frech, frivol, furios. So war das Programm, mit dem die Faschingshochburg Gandeckesee am 11.11. in die Session 2016 startete. Im ausverkauften Saal des Gasthauses Witte in Immer spielte das Akrobatenduo Tante Luise und Herr Kurt mit der eigenen Schwerkraft und auch mit der Lachmuskulatur der Zuschauer. Zu später Stunde wurden die neuen Regenten gekürt. Als Prinzenpaar wurden André Westermann und Saskia Hühnecke gefeiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017